hallo und herzlich willkommen zu let's play call of duty call of duty modern warfare 2 mit mir dem scheidel und mit mir genau wir spielen frei für alle auf der map wir nehmen nur intervention oder so her wie auch immer und weißt du was geil ist bei mir leckten fast nicht ja mal schauen wie sie hier anpasst aber bis jetzt noch nicht so und jetzt wirklich erst mit turbo war ja ja schieß auf das was war der geist aber das war jetzt schon mal ja das war jetzt geil und ich habe es aufgenommen boah f*** dich aber was hast du mit dem taktikeinstieg ja ich dachte mir eigentlich dass ich wurfmesser drin habe dann läuft er mit seinem taktikeinstieg oh mein gott boah f*** dich mann ich treff gar nicht so hier erstmal nachladen boah wie es einfach nur ja ich finde es geil jetzt noch nie so gut mit der snipe getroffen als jetzt ganz ehrlich aber wir haben leider kein ich auch fertig leider kein wurfmesser drin oder nicht mehr weil es okay jetzt habe ich wieder eins drin und f*** dich und geh nicht da hoch und kämpft dann nicht genau wir wollen was wirklich wir wollten eigentlich oder ich sage jetzt ist einfach mal so wir sprechen jetzt einfach mal über projekte die wir in nächster zeit gibt es ja nicht planen scheiße sprich dass tobi vorhin den also tür wir nennen es ist eh die namen tür acker tobias und so wie auch immer haben uns geht oder tobi hat sich dich insbesondere gedacht dass er zudem was haben wir jetzt an 1701 genau das haben wir jetzt genau ein an 1404 möglicherweise wäre es eine gute ergänzung ja da werden wir jetzt schauen wir werden das noch besprechen und schauen wie es aussieht ja perfekt und so halt hier wie echte profis und so und dann werden wir halt schauen ob das ob alle einverstanden sind mit und dann würde das eben kommen als gegenstück jetzt zu dem an 1701 das um hier fiktig tobi das um könnt ihr also können wir auch mal verlinken hier für gegen flussi und so wo es war das okay wenn es berufmesser nicht will dann muss aber der quickscope da sein ja genau das können wir dann verlinken und ja genau da jetzt zurzeit in röse in münchen ja legt sich auf die fahle haut ja mal schauen was er da macht irgendeine keine praktikum oder irgend sowas hat keine ahnung was er meint was er machen muss denke ich hatte irgendwie noch videos die im moment hochladen oder werden die automatisch freigeschalten ich weiß jetzt nicht also hier nicht bitte nicht böse sein wenn jetzt um bei ihm zum beispiel jetzt keins kommt in nächster zeit ersetzt die woche und nächste woche eben nicht da und geh weg da hinten genau gesehen ähm genau ja genau das wird mir eben noch kurz ansprechen wolltest du noch irgendwas sagen organisatorisch mäßig dazu nicht aber ich würde sagen du bist tot fick dich hab ich von anfang an gesehen ja ich hab's mir gedacht sonst ja du bist tot man nerv mich nicht jetzt hier boah dann vergesse ich zu schießen ich zieh genau auf den kopf ja 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 sowas kann passieren ja und scheiß scheißig 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 ist das jetzt leicht legt und bist du jetzt ach du bist schon wach aber ich kann dich trotzdem noch weg snacken boah dann spawnert die direkt da sogar wenn es legt gehe ich dir den header ach schon peinlich ach jetzt hat es sich wieder gelegt ok komisch es legt umso mehr umso besser ich werde ach erstaun dich was wollte ich jetzt vorhin sagen irgendwas würde ich sagen keine ahnung was soll ich wissen was du sagen willst ja das denke ich mir auch ähm mh was wollte ich sagen das ja frag ich mich wieviel punkte hast du hast 1500 ja mann tobi das schaffen wir noch nie ähm genau das ach ja genau wegen ähm letztes jahr keine ahnung test wie auch immer mit stellik und mir da werden wir auch noch ja komm lass mich doch in ruhe kleiner mongoliten spacko wo fallen die denn hin genau überhaupt nicht da unten hin und du gehst jetzt wahrscheinlich da überhaupt nicht da hier unten hin und du gehst wirklich da genau nicht unten hin und dann schießt auf mich du scheiß mongo boah boah das gibt's ja nicht lass mich nachladen boah boah das bis zwei mongos ganz ehrlich das ist jetzt meine nimmer no scope boah das ist jetzt no scope oder ja fick dich man ähm ja das wird ende der woche oder sowas denke ich wir werden uns immer auf einen tag in der woche beschränken und es dann dann eben hier bringen ja das war es dazu und sonst wollte ich ganz so oft ihr habt ihr nicht gesehen gehe weg ich hätte wahrscheinlich die grafikeinstellungen untersetzen müssen dann sehr nicht was ist mit der kinder angezeigt wurden oder schießt sich neben dich ja fickt sich mit deiner aufklärungsdrohne waren ja wieder vergessen die priorität scheiße priorität meinten ist die hier ich hier um die jens Prozent Kirchens Abschluss Serien mal langsam erst mich ganz ehrlich wo bist du du Bobby es ist ich doch noch oder stirb ja ich werde bestimmt irgendwann sterben oh man Tobi tubo bobo bobo bist du mein sonnenlicht ich vermisse dich ne fick dich man so schlecht einfach nur und die leute wissen auch noch mir zuschauen ganz ehrlich ich fiktig so hier nein boah du Wichser Wurfmesser, Fose, Winn und so ja fikt man 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 ja Achtung feindliche Vorräte ganz ehrlich leck mich an meine Mompopo sag ich eigentlich secondary nach so dürfen wir nicht ne wahrscheinlich hier meine Ahnung was hat er jetzt in der Munition oder ach das Fenster war schon Mann leckt es bei mir wieder muss ich die ja ich sag doch immer wenn ich besser werde die Grafik einst äh Grafik ja doch die Grafik ging es mal heruntersetzen soll ich fies sein oder soll ich nicht fies sein wie du hast jetzt irgendeine AC-130 oder so ja komm sei fies ja ok tja jadeus nixer bah meine Güte zumindest hab ich gesehen wo du bist man was machst du da ich schaue mal die kills nicht an für die aber bis ich gezielt hab sagen wir ziehst du da immer hin oder wie ja natürlich ne schon bevor du mich siehst oder wie nein hörst du nicht dich seh man das hat so geil angefangen und ich weiß nicht wo du bist boah was so schlecht boah weh weh Tobi ja ja oh oh ho oh 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 ich freue dich am was wie mich und freue ganz ehrlich ja gar nicht fick dich einfach nur boah es ist peinlich wenigstens mehr als die hälfte legt mich doch an meinem arschloch mit deinen feindlichen vorräten der schadler das mache ich ungern tja boah da ihr no scope aber ich wollte mit des haus reichen, geh dem wenig selber umbringen nein boah, und ich ziel wieder keine Ahnung wohin, weil es leckt und ich sollte meine Grafikeinstellungen runterstellen und weh, du hast jetzt noch eine Predator, dann fick ich dich in dein Popo fick dich in dein Popo ich weiß, ich finde es irgendwie unangenehm ach so musste ich gar nicht, Tobi boah, dann steht er von mir da ah, wunderbar ah, super sag ich doch, jetzt gewinn ich noch gegen fick dich gewinnst sicher nix mehr doch, komm, letzter Kill muss episch sein, Tobi letzter Kill muss episch sein, Tobi Bi To Bi na, da, war weh aha neiiiihihi 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 mann 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 dann verabschieden wir uns hallo